Das Bendela Electric Drive System stellt alle Bereiche dar, die wir als Partner der Automobilindustrie zur Verfügung stellen. Elektromobilität wird sich in der nahen Zukunft sehr stark weiterentwickeln, in unterschiedlichen Märkten unterschiedlich stark. Was wir hier machen, ist eben einfach uns vorzubereiten, aber eben auch für unsere Kunden dann entsprechende Entwicklungspartner zu sein. Das BEDS ist als Gesamtsystem, als skalierbares Plattform gedacht. Skalierbar für die unterschiedlichen Fahrzeugsegmente, zum Beispiel skalierbar dann im Radstand, in Spurweiten, skalierbar dann auch in unterschiedlichen Leistungsklassen. Letztendlich ist das ein Spiegelbild der Engineering-Kompetenz im Hause Bendela, wo die einzelnen Fakultäten aufgezeigt haben, was sie in der Lage sind zu leisten für die Elektromobilität. Das BEDS ist also ist das Bedeutungsstrom-Kompetenz. Vielen Dank.